Hey, sag mal, hast du das auch schon gewusst? Wir beide sind offenbar der Sondergefahrenstufe zugeordnet worden. Krasse Sache, oder? Wir beide sind also ebenbürtig. Weiter so, mein Sonderling. Häng dich rein, du schaffst das. Da freust du dich, was? Willst du jetzt gelobt werden? Aber anders als Menschen ist es für Fluchgeister wie uns nicht sonderlich schwierig, sich mittels Fluchkraft wieder zu regenerieren. Weder du noch dieser Bengel begreifen, was Flüche wirklich sind. Willst du, dass ich es dir demonstriere? Du brennst doch förmlich drauf, ich zeig es dir. Gleich siehst du, was echtes Jujutsu ist, mein Lieber. Sphärenentfaltung Pandemoniumsschreien Wie seltsam. Eigentlich wollte ich dich bloß filetieren. Aber du leistest ja null Widerstand. Fast hätte ich's vergessen. Das hier wollte ich noch mitnehmen. Das Teil gehört jetzt mir. Fast hätte ich noch mitnehmen. Das ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020